Ich finde das gemeinsame Teilen von Kunst oder Kultur generell in einem Raum und mit anderen Menschen. Also dieses Zusammenfinden vom Menschlichen ist enorm wichtig und ich merke immer, dass das auch ein Grund ist, weshalb das Publikum eben in die Konzertsäle kommt, dass man eben dieses gemeinsame Miteinander, diesen Moment gemeinsam festhalten will und ja diese Atmosphäre spüren kann. Musik